ja ist recht ja ja ihr bewegt euch hast du sie nicht mehr alle jetzt ist langsam aber blöd ach so meine leute wurden gebissen und jetzt gehen sie auch alle berserk okay es ist so wieder frost gigant irgendwie nervt das gerade wer sind da jetzt eigentlich gestorben ein x power ist gestorben zwei x power sind gestorben ist das der die ist das eine leiche ja das ist eine leiche und das ist eine leiche und du bist bewusstlos okay ja das quad müsste jetzt da sein spot a mov mal hierhin und er hat sich wieder einem frost giganten verwandelt tötet er unser ganzes militär weil keiner eine waffe hat ja tötet er der wahrscheinlich noch nicht eine wunde oder nein hat er nicht und ihr habt keine waffen kann das sein inventory leder krüfer aber der ist leer du hast einen javelin thrower aber keine munition für den juhu f ammunition ja weil die javelins zum jagen gebraucht werden das habe ich irgendwie vergessen die 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 so holt sich mein general jetzt bitte munition ich meine ich habe schon 34 export zwerge verloren sie stehen was hao hatte munition bitte sag mir dass du jetzt in deinem letter kräfer irgendwelche eine hast ja danke ist nicht viel aber es reicht hoffentlich um dem meine wunde zu verursachen ok du hast den javelin aber gehst du in den nahe kampf bist du tot nein du schläfst du wirst gleich zerfetzt ja das war wohl unser general nee das war ein shaggy patcher dog haben wir jetzt noch mehr werwürfe nein unser general is missing und der berserk hat immer noch hier rum ich werde nichts sagen aber irgendwas ist hier tierisch verpackt mit dem javelins und du bist wieder ein frost gigant geworden naja du bist friendly schön dass du bist hau endlich ab wo zur hölle wurdest du gerade ermordet da unten ok und sind jetzt auch alle am amok laufen oder was military alert punk ist aufgehoben macht doch alle was ihr wollt genau mir erst mal auch noch und da wird er wieder zum werwolf und schleudert leute weg naja ich finde es sehr toll warum müssen eigentlich immer solche werwürfe zu bekommen warum muss der hier rum backen naja toll varus wurde tot gefunden wir haben gerade wieder irgendwas gefunden vor allem ist auch nervig immer diese diese pause dinger hier und wir haben den processen zwerg auch noch und der ist wieder zu einem wehrwolf geworden oder und ist nur da am rum spacken tut mir richtig sorry leid aber dieser wehrwolf hat uns jetzt den rest gegeben vor allem er nervt ich werde hier erstmal speichern und da sehen wir uns entweder nochmal hier wieder oder in der nächsten staffel also bis dann